Ich bin besser auf High Heels wie flach. Ist besser für die Achilles. Ich wurde engagiert 1945. Da war ich 17. Tanz war mein Leben. Ein Stück lebt nicht nur von Technik, ein Stück lebt, damit es lebt. John Krenko war ein sehr, sehr wichtiger Mann. Der hat Ballett eigentlich in ganz Deutschland gehoben. Er hat also choreografiert für die Kompanie. Ich habe sofort mitgeschrieben und auch mitbekommen, was er zwischen den Zeilen gesagt hat. Die Ballette, die ich aufgezeichnet habe, die überleben uns alle noch. Für immer. Tänzer sind andere Menschen. Man sagt einmal ein Tänzer, immer ein Tänzer. Es ist etwas ganz Spezielles. Und Tänzer sind immer da mit Verletzungen. Der Vorhang geht auf und man geht raus. Und man lebt dafür. Und man lebt jeden Tag dafür. Und ich lebe heute noch dafür.